Interaktive Übungen – die ideale Ergänzung zum Schulbuch Mit den interaktiven Übungen erhalten Sie digitale Aufgaben passend zu den Inhalten des Schulbuches. Erhältlich für die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik für die Jahrgänge 5 bis 10. Die interaktiven Übungen enthalten zahlreiche Übungssequenzen, die seitengenau zu Ihrem Schülerband passen. Wenn Sie ein Kapitel auswählen, erscheinen nur die dort relevanten interaktiven Übungen zu den behandelten Kompetenzen. So kann passgenau geübt werden. Lehrkräfte können die Lösungen Ihrer Schülerinnen und Schüler einsehen und an den Aufgaben mit Ihnen Notizen teilen. Eine Übungssequenz besteht meist aus mehreren Aufgaben, die didaktisch zueinander passen oder aufeinander aufbauen. Die interaktiven Übungen bieten viele verschiedene Aufgabentypen. Manchmal müssen Textbausteine richtig zugeordnet werden oder man bringt Bilder in die richtige Reihenfolge. Und manchmal gibt es Freitextaufgaben, um nur einige Beispiele zu nennen. An jeder Übung bekommen Schülerinnen und Schüler qualifizierte Rückmeldungen und Tipps, ob in der Schule oder zu Hause. So können Sie effektiv und selbstständig üben. Die interaktiven Übungen bieten Ihnen also ein umfangreiches Angebot zum angeleiteten oder selbstgesteuerten Trainieren, Vertiefen und Anwenden der Unterrichtsinhalte. Informationen zu Lehrwerken, Preisen und Lizenzen sowie beispielhafte interaktive Übungen zum Ausprobieren finden Sie unter interaktiveübungen.schule. Gestalten Sie das Lernen effizient und digital, in der Schule und zu Hause. Interaktive Übungen – die ideale Ergänzung zum Schulbuch. Untertitelung des ZDF, dieον eine Mischung für die scrape der Öffentliche an der Schule. Untertitelung des ZDF, die wir in der Schule freuen können. Die Leute, die die Köln-D 이거를, die wir in der Schule um eine Mischung für eine Schuss-ekselle verlinke, die wir in der Schule. Vielen Dank.